Das ist vielleicht nochmal der Hinweis zum Tagesangebot. So und jetzt geht es weiter mit einem elektronischen Tallien- und Bauchtrainer. Wie viel ich das in den sozialen Netzwerken sehe, Barbara, das ist unfassbar. Dann ist er noch im Sale 149, 990, 262, 821. Dann sehe ich aber die ganzen tollen Influencer immer zu irgendwelchen Studios rennen und pro Anwendung 150, 200 Euro bezahlen. Pro Anwendung. Genau. Sie rennen sich das für immer für 149, 990. Der Preis ist der Knaller, der Preis ist der Kracher. Es geht um Elektromyostimulation. Dieses EMS-Training, wie du sagst, es gibt ja Studios, die wirklich wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Da werden sie dann verkabelt. Manche sind auch ohne Kabel. Da kostet so ein Anzug dann 2.000, 2.500 Euro. Ja, okay, das ist dann der ganze Anzug. Hier geht es um die Taille. Es hat keine Kabel. Es ist ein kleiner Sprüher mit dabei, weil ganz wichtig, Sie sprühen, da warte ich, bis die Kamera bei mir ist. Sie sehen es jetzt bei Birgit. Es ist nämlich wirklich so einfach. Viele haben mich gefragt, oh mein Gott, wie geht es, wie geht es? Du hast hier die Elektroden. Die machen Sie bitte nass. Sie sprühen den Bauch ein, damit er nass ist. Sie tragen es auf purer, nackter Haut. Die Elektroden werden quasi auf den so gut versteckten Sixpack gelegt. Dann wird hier geschlossen, passt bis zu einem Bauchumfang von 110 Zentimeter. Und dann haben Sie hier das Herzstück drinnen und da schalten Sie an. Und dann gehen die Elektroden, die Stimulationen auf die Bauchmuskeln. Und ob es beim Hundespaziergang ist, ob es beim Kochen ist, ob es im Büro ist. Man sieht auch bei Birgit, da ziehen Sie einen Pulli drüber. Das macht so, also Birgit trägt jetzt S, es geht hoch bis XXL. SML haben wir noch da. SML, okay. Wie gesagt, ist ja im Sale. Wir sehen was, genau. Genau. Definitiv messen, also auf Bauchnabelhöhe. Der Preis nochmal normalerweise 200 Euro, 50 Euro reduziert. Der QVC-Preis ist schon deutlich unter der unverbindlichen Preisempfehlung. Und nicht nur, dass es beim Anziehen schon der Knaller ist. Sie haben in dem Fall ein EMS-Training. Ich sage es jetzt auch noch mal, to go. Also beim Hundespaziergang, beim Kochen, beim Schlafen, beim Fernsehen, aber gerne wirklich beim Bewegung. Das sind die Batterien, finde ich aber mal ganz gut. Also dass man auch sieht, da braucht man keine Steckdose, man braucht keine Kabel. Halten 20 Mal einen Tag mit 4 Stunden. Funktioniert alles sehr. Also es funktioniert alles einfach. Es funktioniert alles ganz, ganz leicht. Ihre Größe anwenden, loslegen. Es ist... Ich finde es wirklich gut. Ist auch nicht unangenehm. Die 4 unterschiedlichen Programme zeichnen sich dadurch unterschiedlich aus. Mal wird die Muskulatur dauerhaft stimuliert, mal wird sie in Wellen stimuliert, also so intervallmäßig. Und diese Intervalle können Sie selber bestimmen. Genau, hier sehen wir es nochmal. Das wird es auch angelegt. In den Restmengen, dann kommt es erst wieder nächstes Jahr. Das war sehr angenehm. Ja, auch schon beim Tragen ist. Und du hast ein bisschen irgendwie eine geradere Haltung. So, es ist eine Corsage. Ja, finde ich auch. So ein bisschen doch. 262821, komplett begrenzt hier im Sale. Unser Bauchtrainer für Sie. Italien und Bauchtrainer, um es ganz genau zu sagen. 149,99.